Ja, hallo, die Frühlingsschatzsuche Lancelot mache ich hier auf dem Baja California Pfad mit meinem 2004er Mitsubishi Lancer Evo 8. Einen Tuning-Code werde ich euch auch gleich noch einblenden. Hierbei handelt es sich um die Frühlingsschatzsuche der Serie 18. Alles, was ihr tun müsst, ist hier Gewinn. Und ja, mit diesem Tuning-Code und einem kleinen Trick, nämlich hier jetzt in den Schwierigkeitseinstellungen, einfach so leicht stellen, wie ihr das haben möchtet, das ist völlig egal. Und dann solltet ihr das auch ohne Probleme schaffen. Kurz speichern, rausgehen. Dann einen Evo anwählen, in dem Fall den 2004er Evo 8. Und ihr werdet schon am Start sehen. Mit diesem Tuning zieht ihr den einfach davon, da ist ein schöner, fetter V8 drin. Ja, ich weiß, gehört da eigentlich nicht rein, aber der geht, der geht. So, ihr seht, wenn ich jetzt nach hinten schaue, die sehen hier kein Land mehr und das wird sich auch nicht ändern bis ins Ziel. Ich mache da mal einen kleinen Cut. So, ihr seht hier, da habe ich wieder nach hinten geschaut, da ist weit und breit nichts und niemand. Auch unten auf der Karte seht ihr es. Also das ist easy zu gewinnen. Und kurz nachdem ihr durchs Ziel gefahren seid, poppt auch schon wieder die Aufforderung auf, dass ihr einfach backdrücken sollt. Und dann seht ihr schon auf der Karte, wo die Schatzkiste aufploppt. Wir drücken mal drauf. Und oben, ganz in der Nähe vom Eliminator, praktisch genau dort, wo der startet, da müsst ihr euch hinbeben. Und da findet ihr dann auch sofort rechts neben euch die Schatztruhe. Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, folgt meinem Kanal für mehr Videos, bleibt gesund und habt euren Spaß. Euer Torgan, 137